Warum steht ihr hier alle nur so hier rum und guckt euch an? Ja, guckt uns die Helden an, ja! Ach ja, wir müssen ja einen Opfern. Was? Ja, da war doch noch was. Irgendeiner muss sich doch Opfern haben, wird auch irgendwie herausgefunden. Ich nehm die Frau. Ja, das sollte dir sagen, glaube ich. Seid ihr gewappnet? Das überrascht keinen mehr. Ich habe keine Ahnung. Darüber haben wir doch schon. Das Amulett... Ich hab die Frau. Wer das Opfer aus? Ich mag keine Frauen. Mal schauen. Ich kann dich nicht bewegen! Wo bist du denn schon da unten, Daniel? Ich wollte nur gucken. Wer nehm ich denn? Den Schwarzen, die Frau, deinen alten Mann. Ich nehm das Titanen-Kind. Ich nehm das Titanen-Kind. Oder eher den Schwarzen nehmen, um die drei Zonen aufrechtzuerhalten. Und ich frage mich. Werde ich es sein? Meines Gottes ist die am Leiden, ey. Ich nehm den alten Mann. Hab ich mir gedacht. Daniel, der ist so ein richtiger... Bezwingen Molag Bahl. Super. Warte. Ich bin eigentlich fertig. Ey, ich hab mich verwandelt. Gott im Teufel, was hab ich denn jetzt da an? Alter. Am Ende wird's fancy. Warte, ich bin noch nicht da. Hast du dich auch schon verwandelt, Daniel? Nee. Wo bin ich denn verwandelt? Ich seh jetzt aus wie ein König. Ich setz mich mal hier unten hin. Du musst ja oben stehen oder was. Ja, du musst dich da in den Kreis stellen. Dann wird der Kopf was. Kann ich ja tanzen? Großer Akathosch. Drachengotter. Du kannst gar nix machen. Vergebt mir meine Selbstüberschätzung. Ich kann mal ein Mühe auf, ne? Okay. Wann haust du davon? Ich lese ein Buch so lange. Alter! Die Geschichte gedenkt vielleicht nicht eures Opfers, aber die Anwesenden hier werden es nicht vergessen. Göttliche Tamils. Mit diesem Behältnis eurer Macht. Seid leiser. Ich versuch's zu lesen. Haha. Lass dieses edle Opfer ein Zeugnis um das Verlandungsseinbegänge zu richten und das Gleichgewicht im Mundus wiederherzulegen. Ich wette das einfach nur um cool auszuspielen. Nehmt dieses Opfer an und erfüllt diesen Entseelten mit eurem Glanz. Widersetzt euch dem Willen Molag Balz. Henshin. Mein Gott. Was denn? Wir haben auch eine Idee. Was denn? Sieht aus als hätte ich eine Krone überall irgendwie am Körper an. Ja. Hast du auch so was Goldenes? Ja, ich hab was Goldenes an mit einer Krone, so einem roten Rubin in der Mitte. Ja. Ich sitz hier überm Stuhl. Wo gehst du denn vor dieser Mauer? Ja, ich sitz hier. Ich zerstör ihn jetzt. Okay, ich auch. Jetzt kannst du die Leute kaputt hauen. Alter. 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 Boah. Ich hab mir mehr. Können wir nach diesem Kampf auch noch machen? Alter, was zum Teufel. Guck dir mal das Loch an. Ja. Warum kann man sowas nicht ständig machen? Kann ich das jetzt gegen Gegner machen? Oder gegen Ballertor? Alter. Wir sind voll überpackt jetzt. Oh. One-Shot. Alter, ich sterbe. Aber wenn wir gegen Ballertor kämpfen, haben wir das nicht mehr. Ja. Das macht voll Sinn, ne? So, du wirst angesprungen. Oh, du wirst angesprungen. Oh, du wirst angesprungen. Oh, du wirst angesprungen. Oh, du flogst dich. Oh, jetzt ist das mal leer. Oh, jetzt ist das mal leer. Attention all bitches. Oh, da ist er. Komm schon, da tank ich weg, da tank ich weg. Ich hab da echt weggetankt. Mein Gott, block mal. Heilige Aura. Kommt, der Helikopter ist totes. Schade, dadurch sterb ich nicht. Schade. Ach, was? Ach, was? Ach, deswegen sind die anderen Spieler immer so stark. Ja, schau. Ich geh mal aus dem Weg. Oh, selber, wir können nochmal so eine Wand kaputt machen. Vielleicht ist das wirklich so, nachdem man die Story durchgemacht hat, wird man so stark. Aber schon wieder so ein Loch, ey. Kamehame... Kamehame... Das wäre so der Final Flash, Daniel. Ja. Wor sind denn da viele? ich hab ja so einen Effekt irgendwie, wenn ich damit jemand töte, legt die sich wieder auf okay ledrischer Befehl, was mag ich denn jetzt? Harry Potter Hellstyle, jetzt sind wir übrigens von wir sind jetzt der Außerwäte wir sind Neo, wir können die Matrix sehen ja komm ja, der geht weg ich stehe einfach in der Zeit das ist ja richtig geil, ey wenn wir noch so einen Typen von uns opfern wir müssen noch stärker werden, ey da kommt ein riesen Ding was willst du denn? ultimate das ist gemeldet das ist ein bisschen schlag weg, ey wow ich habe ganz gleich an den Drachen gekämmert okay jetzt mach ich ihn doch nicht final flash Ich komm immer näher. Ja. Der macht sich schon in den Hosen, wenn der uns sieht. Ja, ich seh schon, wie das läuft. Wir haben unsere Energie verbraucht, wenn wir da sind oder so. Ich bin ein Gott aus dem Reich des Vermieters. Oh Gott. Watt, watt? Ey, der sieht ja geil aus. Watt? Nein. Weißt du, der uns jetzt in den Kopf hat? Das ist der Kopf. Boah. Boah. Boah, meine Felsch. Das ist der Kopf. In der Barschern oder was? Was? Oh mein Gott. das ist ja da 6,4 millionen ap alter was ist das Zeit für uns zu Helden zu werden! Bleib hier! Wenn ich wäre ein Held! Euer Verstand ist mir entblöst! Ich kann eure Angst trennen! Ich bin so schwerer Boden für die Samen der ewigen Flamme! Oh, der hat sich weggebrochen! Ah, der hat mich angeschminkt! Ah! Äh... Wisst euch! Ich möchte euch hier nicht in den Kampf der Gottheid! Ich weiß nicht, wie viele sind da denn! Ich schieße die ganze Zeit weiter! Ah, ich rügel mich hier durch die Gegend! Oh, warum kommt der denn so viel Schaden? Ich werde die ganze Zeit von dem geschlagen, Alter! Ja, diese Blocken, eine Sekunde lang! Ich muss eigentlich viel weniger Schaden bekommen wir jetzt nicht! Nein! Ey, die Sattelmüge zeigt uns auf! Ah! Schreie nicht so laut, Mann! Alter! Ja! Ich habe hier einen richtigen Kampf gerade! Oh, die haben mich dann nicht wirklich gut geschaffen! Das kommt noch mal an, Alter! Das ist ein kleines Erachter! Sie ist die ganze Zeit nur freundlich! In diesem Fall! Vielleicht daneben! das war ja bloß nicht im letzten kampf ja aber das dauert ewig alter wir sind noch ein paar drachen rufen also ich habe ihn gleich was was und so finisher tretet vor entseelter im moment seid ihr sicher etwas für euch wertvolles ein paar Läste nicht abendet